Problem gibt es immer. Löse es. Wir holen uns die Daten aus dem Bunker um jeden Preis. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunker-Schlüssel hast. Genosse Belikow, wir werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheit. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakhaev. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in eine Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle Ihre noblen Ansichten. Genosse Belikow, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Ich bin nicht sehr geduldig, Belikow. Oder besonders mitfühlen. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakhaev, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikow? Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Dumm, Genosse Belikow. Ich bin dafür, dass nur General Tcharkov den Bunkerschlüssel behält. Übernehmen Sie das? Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikow, Sie können gehen. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel. Aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Der Bereich ist abgesperrt. Wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Leider ist Tcharkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Tcharkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Und ich habe Zeit, Tcharkov. Und ich habe ein Geist. Ich habe eine Chance, Tcharkov. Vielen Dank. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Das war's für mich. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer auch immer Sie sind, ich sage gar nichts. Hilfe! Sie wollen meine Hilfe? Das können Sie vergessen. Ich sollte im Archiv nach belastendem Material suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Luggen. Ach, Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Berlikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Schick. Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bam, Entdeckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Tam, tam, tam. Ich habe eine Schöne, die zwei verabschieden. Ich muss raus, aber ihr solltet alles nötige haben. Wenn jemand fragt, ihr unterstellt Kommandant Sobol. Zieh mich um. Hier. Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Gönnen der Schwestern. Wenn Sie russchauen können, das nicht? estialen Sie sich um einen der Schwestern schafen kennenlernen. Das ist nicht. Wir haben alles in der Tasche. Wir sind nicht glücklich. Wir haben hier noch eine falsche Zwecke gemacht. Und wir müssen noch auf Schwestern nehmen setzen. Jungs? Das war's. Morsche Pustizmarsch. Morgen. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außen rum. Das war's. Ich zeige euch, ich zeige euch, dass ich euch auf eine встречe habe. Und wo geht ihr? Das ist notwendig für alle Beziehungen. Das war's für heute. Ist doch der quer. Herr, du musst du sehr. Ich verstanden. Danke, Herr. Der Herr Pfeiler ist ein großer Teil. Wir gehen. ZDANIE ZAKRITER Es ist ein bisschen anders. Herr, neue Leute! Wie kam das denn? Ja, natürlich. Ich habe ihn nicht gehört. Wer ist der Kommandier? Ich habe ihn nicht gehört. Wie ist das Schwachbund? Ich bin nur ein paar Tage nachgekommen. Ich gebe ihn immer herzlich willkommen. Ich werde ihn mit ihm zufrieden. Vor solchen Arschlöchern müssen wir uns hüten. Ausrüsten. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. Die werden sich nicht über uns verlassen. Wir sind gleich im Tresor. Wir müssen unbedingt die Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in den Schaden. Gut, gehen wir zum Tresor. Wir sind gleich im Tresor. Wir haben die Gaskanister in den Schaden. Lass los! Lass los! Tresor, mach die Tür auf. Ich gebe dir Deckung. Schnapp dir die Daten. Ich halte Wache. Wir sind gleich im Tresor. Wir sind von Bär. Die schneiden sich durch die Tür. Ich halte Wache. 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 Wir sind weg. Ich halte Wache. Ich habe die Diskette. Gehen wir! Sie riecheln alles ab, hier nach. Hier lang. Sie riecheln alles ab, hier haben keine Schuld. Das gefällt mir nicht. Sie riecheln alles ab. Da könnte es rausgehen. Zeit für Plan B. Aktiviere das Gas. Lass uns Waffe spannen und ergänzen! Danke, meine Freunde. Wie ist die Lage da oben? Sie sind alarmiert. Riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Wir brauchen schwerere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Bei dem Aufzug, indem Sie mich riecheln, kann man nicht mehr aufstehen. Wir haben Dach! Wie gefällt mir das? Wir haben Dach! Ich halte für den Rücken frei! Das ist die Ausrüstung. Panzerung, Kelme, LMGs und Sprengsätze. Laza, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof und wir bringen Belly Kopf mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald ihr aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf den Hochzug. Macht die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Los geht's, immer weiter. Wir sind fast da. Vorwärts! Los geht's! Los geht's, immer weiter! Los geht's, sua Los! Los! Wir haben die Liste und sind auf dem Rückweg. Mach dich bereit. Wurde auch Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau einen Mordskaus vorgesagt. War es das wert? Adler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat Echteier, das muss ich ihm lassen. Selber gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt.